Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Super Mario Maker 2! Und da die sehr schwierigen Level halt wirklich sehr schwierig sind und auch lange dauern, weil man 30 Leben hat und ich sowieso einen Rekord von 4 habe, was sowieso niemals irgendjemand aufholen kann, werden wir heute auch die schwierig... äh, entlöse Herausforderung spielen, mit hoffentlich anderen Leveln als Zombie, weil sonst wäre das richtig komisch jetzt. Pasch auf dich auf, Mario! Okay, ich komme wieder mit einer Menge Geld und einem neuen Rekord auf jeden Fall. In ein Speedrun gleich als erstes. Geil, 40 Sekunden Speedrun steht da, glaube ich. Oder 40 Minuten? Nein, ich glaube, das war Sekunden. Ui! Das kann... Oh nein, das kann ja nur gut werden. Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt. Ich bin nämlich immer hier stehen geblieben. Speedrun will man halt eigentlich so gar nicht haben im Endlos-One, weil man da halt echt viele Leben verliert. Es ist aber ja nur schwierig. Nur schwierig, in Anführungszeichen. Heißt, fuck, allzu viele Leben kann man hier eigentlich gar nicht verlieren. Oder sollte man nicht verlieren. Oh, da hatte ich jetzt aber Angst. Okay, rutschen, rutschen, rutschen. Ich hoffe, die Zeit ist nicht so krass getimt, dass man tatsächlich... Muss ich schneller sein als der? Oh Gott, was ist hier los? Okay, ich habe ihn bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt alles so toll ist oder nicht. Ah, ich hätte gegen das On gegenduddeln müssen. Okay, das ist kein einfacher Speedrun. Und man weiß halt nicht, ob das auf die Sekunde genau getimt ist hier alles. Dieser erste Sprung hier ist schon richtig doof irgendwie. So, geh an, danke. Okay, das sieht schon viel besser aus als eben. Ich meine, was muss ich denn hier machen? Muss ich einfach nur runterlaufen? Hätte ich dagegen gemusst? Hätte ich... Was muss ich machen? Danke für den Dings. So, wir rutschen hier einfach mal runter. Das ist halt schon ganz cool. Okay, okay, okay. Anmachen, anmachen. Wieder runter. Bitte mach irgendwas. Okay, ich beschütze mich. Ach du Scheiße. Hä? Okay, da landen dann auf den großen Bullet Bill. Natürlich trifft er mich dieses Mal. Hä? Jetzt haben die das einfach nicht kaputt gemacht hier. Ja, danke dafür. Was soll ich denn mit diesen einen Duddel da machen? Das ist doch scheiße. Ich krieg nicht mal einen hin. Von wegen neuer Rekord. Aber am Anfang läuft das schon ganz gut. Aber ich hab ihn doch eben die ganze Zeit bekommen, diesen Panzer. Wieso denn jetzt nicht mehr? Gib dir den her jetzt. So, der macht das da alles kaputt. Okay, dann nimmt er mir den weg. Ist aber vollkommen okay. Okay, denn ich bring mich hier einfach um. Also ist alles cool. Als ob. Gleich als erstes so ein ultra heftiges Level. Okay, warte, warte, warte. Kriegen wir hin, Leute. Ich will meinen Panzer nicht verlieren. Lasst mich hier in Ruhe. Ich behalte ihn. Ich behalte ihn. Egal, was passiert. So, dann kann ich nämlich einmal getroffen werden. Und dann ist alles cool. Aber das sieht hier schon alles wieder so aus. Als ob die Zeit nicht lang würde. Ja, ja, ja. Ich laufe einfach durch, ne? Kann ich bitte? Ist hier bitte das Ziel, dass ich wenigstens ein hab? Nein, natürlich nicht. Ja, okay. Runter. Dann wieder hoch. Da ist das Ziel. Da unten. Aber kommt man da noch irgendwie einfacher hin? Wo ist denn das Ziel? Man kann locker. Man muss gar nicht hier oben hin. Das ist locker der Plan. Locker musste man links vorbei. Oh, dann glaube ich, ist das gar nicht so krass getimt. Mann, dieser blöde Panzer da. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass die Level in dem Schwier... Mann, jetzt trifft er mich die ganze Zeit. So, setzen wir den halt einfach so auf. Das geht bestimmt auch so. Lass mich in Ruhe. Ich will hier einfach nur durch. Lass mich... Leute, ich hab sofort den neuen bekommen. Okay, what the hell ist jetzt passiert? Keine Ahnung, egal. Wir haben so einen coolen Helm und ich bring mich halt selber um. Nein, bitte geh da hoch. Und bitte mach die da kaputt. Ja, ja, ja. Das machst du sehr gut. Ja, ja. Die können wir leider nicht mehr mitnehmen. Okay, neun Sekunden haben wir noch. So, jetzt wissen wir ja, wir müssen hier unten lang. Dann gehen wir hier oben lang und dann gehen wir hier unten lang. Das ist jetzt auch falsch. Hä, aber ich komm da doch niemals unten hin. Wenn ich da wirklich jeden abwarten muss. Da braucht man doch locker 15 Sekunden, um bis ganz unten zu sein. Das Ende hab ich nicht verstanden, Leute. Man konnt bestimmt irgendwie oben drüber oder so. Okay, nochmal neu. World 2.1 von Apple Mix. Apple Mix, der Apple Mix. Oh ja, so ein Apple Mix hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ach so, ist da gar kein Speedrun. Okay, jetzt können wir wieder ganz normal spielen. Hat er eigentlich gedacht, dass in... ...schwer die Level ein bisschen angenehmer sind. Und vielleicht auch mal coole Level dabei sind. Okay, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Also bestimmt in diesem... Okay, ich seh schon, ich seh schon. Warum sind die schweren Level denn zu teilen noch schwerer als die sehr schweren? Also bisher... Bisher finde ich die sehr schweren Level einfacher als die schweren Level, Leute. So, also hier unten lagen. Dann sich hier irgendwie oben hochduddeln. Braucht man den? Wir müssen auf jeden Fall... Warte, warte, wir können ja... Hier noch einen höher. Leute, das ist bestimmt der Plan. Man muss sich hier nach oben duddeln oder man geht nach rechts jetzt. Yo! 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 Of course, of course. Please stand there, so you can kill me. That's really awesome from you. So, ja, wollen wir jetzt noch einen höher? Komm, wir gucken einmal nach, was hier oben ist. Einfach gar nichts. Also man muss schon hier rüber. So, ausgetrickst. Dann lassen wir den runterfallen. Dann lassen wir den runterfallen. Der eine Thwomp... Ups, kommt bestimmt nochmal wieder. Ne, kommt er nicht. Äh, wir sollten vielleicht lieber so eine Spin-Attacke nach unten machen, oder? Okay. Safe. Safe days. Wir kriegen sogar noch einen Stern. Und jetzt laufen wir einfach durch. Und kriegen zumindest einen Mittelpunkt. Hoffentlich auch noch ein Leben. Leben wäre ganz geil. Leute, wie fändet ihr ein Leben? Hier ein paar... Okay, drei Leben. Jetzt sind wir safe. Falls wir... Yoshi. Yoshi, please. Yoshi. Kann man Yoshi mit so einem Ding da runter shopsen? Yoshi, bitte komm her. Locker brauche ich den noch. Ach du Kacke. Jetzt habe ich den Yoshi nicht mitgenommen. Da geht es nicht rein. Ähm. Hilfe. Bitte, tut mir nicht weh. Ich habe ein Sprungbrett und werde es nicht benutzen. Also jetzt machen wir auf jeden Fall minus ein Leben. Selbst wenn wir jetzt ins Ziel kommen, ohne weitere Leben zu verlieren. Ja, geiler Start hier. Also es ist auf jeden Fall schwerer, wenn man ein Leben mal verloren hat. Aber diesmal nehmen wir Yoshi mit, Leute. Diesmal... Diesmal nehmen wir Yoshi mit. Yoshi. 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 Na gut, kein Yoshi für uns. Auch nicht so schlimm. Rutschen wir hier halt runter. Ui. Und kriegen hoffentlich irgendwas Tolles. Ich hätte trotzdem gern ein Sprungbrett, to be honest. Das lasse ich mir nicht wegnehmen. Okay, so. Da oben war nur schlecht. Da ist das Ziel, Leute. Nee, was? Hä? Ah, okay. Wir müssen hier hoch. Und dann da rüber. Ja, okay. Das war's. Naja. Nur ein Leben verloren. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Neuer Rekord auf jeden Fall. Klack. Neuer Rekord. Geil. Danke. Putrid Pond von Grütter XG. Der hat ein witziges Gesicht. Seid mir auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Okay, es ist auf jeden Fall komisches Gift auf dem Boden. Oh. Kann man damit in das Gift rein? Ich weiß, dass das bei Lava geht, aber geht das auch bei diesem Gift? Ist halt die andere Frage. Da ist noch so ein Teil. Hallo. Hallo. Hey, ist das... Warte mal. Jetzt weiß ich nicht, ob von oben was auf mich runtergefallen ist. Oder ich in der Grütze da gestorben bin. Ich will da einmal reingehen. Ja, okay. Das geht. Also uns hat eben irgendwas getroffen. Deswegen sind wir gestorben. Ist ja alles easy. Okay. Auch okay. Weil hier ist ja noch ein Neuer. Ah, da war so ein Fisch. Der hat uns getroffen. Hallo. Okay. Ja, das ist aber auch eine assige Stelle hier, möchte ich meinen. Hallo. Zumindest, wenn die Grütze da ist. Stoß, komm mal rüber. Ich weiß nicht genau, warum. Äh, okay. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Ah, ich weiß. Wir müssen uns so kaputt machen. Genau. Und dann an die vorbeigehen. Das ist das. Cool. Die Mechanik gefällt mir. Das gefällt mir. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige gar nicht wissen, dass es diese Mechanik überhaupt gibt. Kannst du runter... Nein, nein, nein. Ah, okay. Man muss halt echt von oben achten, ne? Da ist die Mittelfahne gewesen. Da rechts. Oh, nö. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Kaputt machen. Oh. Das war ja richtig knappi. Aber es hat funktioniert. So. Ich weiß schon wieder gar nicht, woran wir gestorben sind. Ach, an dem Fisch. Genau. Du blöder Fisch, du. Ich hole mir jetzt... Mir egal. Mittelfahne. Meine Toadflagge. Das ist jetzt Toadland hier. Okay. Und es wird vertikal. Kriegen wir... Oh, wir kriegen sogar so ein Ding. Ja, dann sind wir ja safe. Müssen wir einfach nur in der Grütze hier mitfahren. Ja, bitte. Nach oben. Und gebe mir ein paar Münzen, sodass ich ein Leben dazu bekomme, wenn ich dieses Level irgendwann mal beende. Okay. Quasi... Quasi autoscrolle. Aber nach oben. So viele Fische hier. Nee, bitte geht weg. Warum können... Die sind doch schon tot. Warum können die nicht in dieser Grütze... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso können die da nicht schwimmen? Das macht mir hier alles sehr viel Angst. Vor allem, wenn mich irgendwas trifft. Bitte nicht drücken lassen. Bin ich einfach tot. Okay, ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich so weit rechts stehe. Ach, du Kacke, ey. Dieser zweite Part. So, okay. Also wir bleiben jetzt in der Mitte. Und gleich gehen wir nach links. Nein, hier hätten wir nach rechts gemusst. Hier hätten wir nach rechts gemusst. Aber da kommen auch keine neuen Fische raus, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir nah genug an der... An der Röhre dran sind. Okay, das lief schon mal besser als eben. Wir bleiben hier links. Und sobald die auch in die Grütze eintauchen, sind sie auch sofort tot und bewegen sich nicht mehr. That's good to know. Das war ganz schön knapp hier. Bitte, bitte geschafft. Ich habe keine Lust mehr. Oh, nein, 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 nein. Das ist ein Troll. Das ist ein Troll. Ich will die Zähnermünze nicht. Puh. Oh, ich hätte sie sogar mitnehmen können. Äh. Warte, da drin kann ich mich ja kaputt machen, ne? Yo. Yo, das war assig. Nein. Wieso hat der einen falsch? Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin tot. Warte, warte. Vielleicht kriegen wir es hin. Warte, vielleicht kriegen wir es hin. Komm mal runter, du. Ja. Nee, ich... Warte. Obwohl. Ah, ah, vielleicht... Nee, nee, nein, nein. Hätten wir eh nicht hinbekommen. Hätten wir gar nicht hinbekommen. So, wir warten auf... Nein, 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 nein. Warum? Na, come on, jetzt aber. Warte, wie lange kann man denn... Der ist halt nicht unendlich so klein. Ich glaube, in einem anderen Stil von Mario... Ha! Da kann man nämlich... Komm, du Blödkopf! Scheiße. Ich glaube, in einem anderen Stil von Mario... Ja, kill mich. Da kann man... Unendlich tot sein. Und erst, wenn man eine Taste drückt, dann macht er sich halt wieder normal. Aber in diesem Mario-Stil ist er nur für so, keine Ahnung, eine Sekunde tot. Oder er stellt sich nur tot, besser gesagt. Ich hoffe, das Level geht danach nicht mehr so allzu weit weiter. Und töten lassen. Okay. Los, komm runter. Geh wieder hoch, geh wieder hoch. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Ob der ist jetzt ein schneller? Nee, ist es auch ein langsamer. So, der Letzte ist aber bestimmt ein Schneller, oder? Bist du ein Schneller? Du bist auch kein Schneller. Die sind alle nicht schnell. Okay. So, easy, easy. Schnell da rein. Bitte zumindest ein Mittelpunkt. Oder das Ziel. Ziel fährt ich sogar noch besser. Ein Smiley! Hat da irgendwas zu bedeuten? Okay. Die Grütze kommt von unten. Ist egal. Wir gehen einfach ins Ziel. Mann. Wäre die Grütze jetzt noch ein bisschen höher gekommen und hätte mich noch getötet? Das wäre richtig kacke. Ja, sechs Minuten. Der Rekord 1,40. Easy. No Gravity Precision. Von Artic 65. Warst du denn auch Artic Artic? Oh. Nein. Eine andere Mechanik hier. Also anderes Movement. Ey, das kriege ich doch niemals hin. Das kriege ich niemals hin. Boah. Ich glaube, ich muss hier gar nicht laufen, oder? Einfach hoch und dann nach rechts rüber. Ja, okay. Und hier? Der geht doch gar nicht so hoch. Leute. Warte, der kann doch hier so einen krassen Jump machen, oder? War das nicht in diesem Mario? Dass wenn man ihn duckt, dass er dann so einen übelst langen Jump macht? Okay, also ich muss hier laufen, ja? Okay, okay. Nein! Oh, Leute. Das wird gar nichts, wird das. So, wo müssen wir hin? Nicht nach oben. Wir müssen auf jeden Fall da rein. Ja, schön, Toad, dass du mir jetzt nicht mehr anzeigst. Okay, egal. Wir jumpen einfach mal. Da ist schon das Ziel. Hm. Okay. Okay, soweit so easy. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof jetzt hier. Ich hoffe, wir gehen einfach gerade nach oben. Verdammt, der letzte, der letzte Stachel. Okay, das kriegen wir mal hin. Na, du kleiner Donut. Lass uns mal sehen, was du kannst. Du kannst nämlich gar nichts. Okay. Und wir haben sogar einen HP bekommen, weil wir ganz oben waren. Oder zumindest fast ganz oben. Immerhin. Immerhin ein HP. Oh, ein Glück war das Level nur so kurz. Rechouvenen, Klimatik. Und ein Franzose. So, what's the plan, hä? Klimawandel und so. Ist das hier ein Aktivist? Wahrscheinlich. So, keine. Yo, okay, danke dafür. Aber ich glaube... Was? Da fällt man einfach durch. Ah, ich dachte, da kann man drauf stehen. So, der schiebt uns rüber. Mit ganz viel Glück könnten wir uns da die Dings da holen. Aber ich glaube, das wird nichts. Obwohl, wenn der vielleicht hier hinschießt. Die Pflanze da, schieß mal hier rüber. Nein, hier. Weil mit Feuer kriegt man das hier, glaube ich, auf. Aber der schießt hier einfach nicht hin. Ich habe auch die Befürchtung, man kann dieses Eis hier gar nicht wegmachen, oder? Selbst mit Feuer nicht. So, aber wie komme ich denn jetzt an dir vorbei, du kleine Pflanze? So schon mal nicht. Also wahrscheinlich muss man hier runter. Sich die Blume holen. Und dann nach links auf diesen... Auf diesen blauen Stein da. Heißt, wir gehen hier rauf, dann holen wir uns die Blume. Geht ja auch nicht. Ich kriege ja nicht mal die Blume. Weil ich da... Ich müsste da direkt reinfallen, ne? Damit das geht. Komme ich hier wirklich nicht irgendwie vorbei? Ich kann keinen Drehsprung machen. Doch. Ah, okay. Ich komme hier auf jeden Fall vorbei. Und auf den kann man ja auch stehen in diesem Stil. Genau. So, und jetzt können wir... Oh, wir können da rein. Aber da war noch ein Fragezeichen. Da war bestimmt ein Power-Up. Ne, ich will hier noch nicht sein. Ich komme gleich wieder. Okay, so das Thema ist auf jeden Fall warm und kalt. Das ist schon mal klar. Wir kriegen sogar jetzt endlich mal eine Feuerblume. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Echt? Ach du Scheiße. Der Kugel-Winny hat mich fast getroffen. Die kann man nicht töten damit, ne? Ah, danke. Danke, danke für das Money, Money. Money, Money ist ganz nett. Ne, ich behalte meine Feuerblume. Aber danke. Mit den Katz-Suit. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, so bin ich auf jeden Fall sicherer. Was ist das für ein komisches Level? Ja, okay, man kann... Oh. Man kommt da nicht durch mit einer Feuerblume. Aber man kommt da durch mit dem. Keine Ahnung, wie der heißt der. Makerhammer heißt der, glaube ich. Das ist der Makerhammer, Leute. Ich vermute einfach mal. Wir müssen... Oh, jetzt müssen wir uns hier wirklich einmal ganz durchduddeln. Wie sieht es aus? Okay. Spannend. Richtig cool. Ah, okay, das langte schon. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie in die Tür reinkommen. So. Äh, okay. Was ist denn das hier alles? Das ist ein Herzchen? Ist da ein Herzteil versteckt oder was ist los? Und jetzt? Warte, dreht sich das hier um? Ne. Hör! Schaffe ich das denn? Oh, lol. Man kann sich daran festhalten, an diesen... An diesen Palmen. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja sehr interessant. So, nehmen wir mit. Da unten ist bestimmt noch eine Blume drin, oder? Komm. Komm, ich kenne dich doch, Leveldarsteller. Ja. Ja. Die Blume. I like. I like this. I like this really much. Kann das irgendwie bald mal zu Ende sein? Das ist ein sehr komisches Level. Irgendwie sehr viel. Hä? Muss ich schneller sein als die Pflanze? Ist das egal? Äh, okay. Egal. Whatever. Whatever, Leute. Hä? Man kann damit gar nicht da rein, ne? Hä? Wie unnötig ist denn das hier alles? Das ist das... Ultra strange. Einfach alles reingespampt. Aber irgendwie... Funktioniert es halt trotzdem. Also es ist wirklich schon sehr gespammt. Guck mal da unten. Doch, hätte ich gern. Hätte ich gern. Äh, killen wir hier unten einfach mal alles. Die kann man nicht töten. Alles klar. Dann habe ich halt einen neuen Stern. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gleich schlecht. Dass wir irgendwas töten, was wir vielleicht gebraucht hätten. Okay. Düt, düt. Düt. Ah, okay. Da hätten wir einfach so reingekonnt. Aber passt schon. Oh Gott. Ich bin so klein. Da. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Aber passt schon, du kleiner Thwomp. Was ist hier? Okay. Super Level. Geiles Game Design. Nein, 10 von 10. Ich meine, schöne Idee mit Eiskalt. Eiskalt. Geschichte von Eis und Feuer und so. Ganz cool. Bin ich Fan von. Ja, Weltrang nächsten Platz. Geil. Endlich. Endlich Top 100.000. Aber sonst wirkte das schon sehr gespammt und sehr viel Stuff drin, der unnötig war. Okay, schon wieder. Ah, nö. Eins von einem Japaner. Das sieht aus... Okay, wir müssen ein... Äh. 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 Okay, hat funktioniert. Aber er hätte hier rechts rein gemusst. Pfff. Schön. Schön, schön, schön. Alles klar. Bombe Express. Go. 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 Und noch ein. Ja, das langt. So. Und weiter geht's. Bombe Express. On the way. Yay. Yay. Wie lange muss man das machen? Man muss den halt so ein bisschen vor der Hälfte treffen, damit das funktioniert. Ups. Der war verschenkt. Die Bombe muss sowohl nach rechts gehen, aber wir müssen halt auch noch mitgehen. So. Okay. Eins. Quatsch. Nein, Bombi. Ich glaube, das werde ich nicht hinbekommen. Da sind bestimmt 80 Milliarden Bomben. Bombensprünge, die ich machen muss. Ah. Das war unehrenhaft. Das war nicht so ehrenvoll am Ende. Mimimimimimim. Naja, aber neuen Rekord auch von 4, das habe ich im sehr schwierig auch nur hinbekommen. Aber mit 30 Leben. Gut, das war dann die schwierig endlose Herausforderung. Ich hatte eigentlich mit geileren Leveln gehofft, aber das kann man sich leider nicht aussuchen. Gut, dann war's das aber mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid euch gefallen. Morgen übrigens auch ein Mario Maker Stream bei Twitch. Also wenn ihr da dabei sein wollt, ich habe auch einen neuen Bot und sowas da mit drin. Dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ja, dann bis zum nächsten Mal oder bis zum Stream oder was auch immer und tschüss.